Meine sehr geehrten Damen und Herren, bitte unterschreiben Sie unsere Schriftstellerpetition für mehr Krieg und mehr Unmenschlichkeit. Handeln wir jetzt, bevor es zu spät ist und der Frieden ausbricht. Unterschreiben Sie bitte. Ich möchte noch ein Gedicht vorlesen. Es lautet Urkunde de Quanto, Prüfung zum 8. Coup. Urkunde. Taekwondo. Prüfung zum 8. Coup. Erfolgreich bestanden. Graz. Meister. Danke. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017